Hallo, mein Name ist Carina. Du hast ein Familienmitglied, das dauerhaft auf deine Unterstützung angewiesen ist? Sei es wegen einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung oder wie in meinem Fall zwei Kleinkinder? Du würdest dir deinen Traum von einem Studium an der SRH gerne erfüllen, hast aber keine Kapazitäten, neben deinen familiären Verpflichtungen auch einen Job auszuüben, um die Studiengebühren bezahlen zu können? Kopf hoch! Ich bin zweifache Mama und habe mit 31 Jahren beschlossen, einen beruflichen Neustart zu wagen. Jetzt studiere ich Kindheitspädagogik im sechsten Semester. Wie? Mit dem SRH-Stipendium für Studierende mit Familie. Da ich in meinem Studium gute Leistungen erbringe und mich in unserer Hochschulpolitik und in mehreren Elternausschüssen stark engagiere, wagt ich den Versuch. Und ich kann es nur empfehlen. Wie sagt man so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also leg los und erfüll dir deinen Traum von einem Studium an der SRH. zurück. ben Drum und colonialism wir Empire im Teuf priests weiter袁 ICHTZ 2.Batでしょう? und am Programmiert der AllgemeIN bur exact war? wasуры